ja hi und willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu genshin impact ja er fragt wahrscheinlich jetzt warum ist jetzt schon wieder am partner ich glaube ich werde ab jetzt genshin immer wieder hier let's play anstatt zu streamen weil da habe ich halt mehr kontrolle über wie lange das dauert und so und wie viel zeit hier drauf aufbringen und ja ist einfach irgendwie angenehmer was bringt streamen irgendwie nicht so ich bekommen hin und wieder immer leute aus englischsprachigen regionen und die sind dann immer noch eine sekunde kurz da deswegen bringt das nichts mehr so wir machen heute die story weiter weil das spiel meint schon wieder hier nervig zu sein und sollte muss ja alles so schnell wie möglich erledigen er kann ja schon wieder mit wendern laufen hat nur fünf tage geht und ja ich um das zu spielen muss ich hier schon weil die ganze story wieder zwei akte hier spielen ich finde das ja super kacke und ja bei charakter gedroppt sie axelonen heißt sie glaube ich genau zusammen mit juri juri habe ich sie wollen müssen schon wieder nicht musik haben wir schon wieder nicht die dings musik war mit ihr nicht links abgespielt die war mit ihr nicht die dings abgespielt die musik für die für die für die gatschen ja okay ist okay mein gott ich bin gerade am reden und ja gut die story geht heute weiter hier ist ein neuer boss hier haben wir neuen charakter die man nicht pullen werden ja deswegen wie die story 34 tage habe ich dafür zeit aber ich muss das hier innerhalb von fünf tagen machen weil sonst event keine ahnung wo es hier weitergeht mir ist sofort was aufgefallen und zwar sie hier wer ist sie weil sie ist mir sofort in die augen irgendwie gekommen und ich hoffe sie wird ich meine sie wird ganz offensichtlich vorkommen sonst wird die ja nicht hier auf einmal auftauchen auf dem bildchen und ich würde sie sehr gerne mal sehen wer das ist weil die ist mir sofort in die augen gesprungen sie sieht ein bisschen aus wie eine alternative version von fische was gut ist ja ich weiß nicht wie lange hat hier dauern wird deswegen fangen wir schon mal an gehen wir direkt in die story ziemlich unfair ich habe ja nämlich in netland meine dailies gemacht und eine der dailies war irgendwo hier und meine mission ist hier ich solle zur abenteuer gilde da habe ich mir gedacht so lange ich halt mit katherine mir also die magmoselle die da steht reden ist ja alles ok naja so kann ich da bestimmt vorbeilaufen ohne quest zu starten ich bin da hat mich da irgendwann genähert und irgendwann die quest gestartet wo ich dann sofort irgendwie im playstation menü rausgehen sollte herausgegangen bin um halt nicht die cutscene zu triggern damit ja nicht offscreen getriggert wird so als das spiel dann wieder geladen habe stand ich wieder genau ungefähr hier vor und die katzen hat direkt wieder gestartet also was ich da machen musste ich muss das spiel beenden und dann sofort als ich gespawnt bin direkt hier weg rennen damit ich nicht nah genug wieder dran bin um die cutscene zu standen hat finde ich jetzt super dämlich gemacht weil er deinen sozusagen irgendwie da rein zwingt weiter die cut ziehen anzuschauen ohne hat man irgendwie keine ahnung ihren fehler gemacht habe also ich finde das super dämlich gemacht naja wird machen wir jetzt nicht ob jetzt extra auf fontaine hier umgestellt meine dailies damit das nicht mehr passieren kann und ja wir gehen jetzt mal rein und kommt hier los ist ich habe einige sehr interessante sachen gehört nichts story relevantes aber etwas was ich gleich erzählen kann die englischen synchron sprechen sind auch streik gerade und da habe ich einige witzige sachen darüber gehört wegen ja dann gleich mal ausprobieren was da passiert lange dauert wie gesagt ich zuletzt plane von daher besser kontrollieren beim stream muss ich mich dann immer irgendwie auf drei vier stunden auf einmal fokussieren und das ein bisschen nervig deswegen warten wir hier ich bin mal rein und dann Ja. das war jetzt die reaktion zeigt die ganze zeit schon im krieg mit dem abgrund man könnte meinen die müssten die ganze zeit kampf bereits doch die bedauung ist doch nicht lange nicht vorbei verdienen wir nehmen niemanden abgrund ernst habe ich sorge für frieden sehr beeindruckend da kannst du wieder gefangen genommen werden und wir müssen nicht wieder retten die neue charakterin in der gatsch hat sieht aus als könnte sie irgendwie die große schwester von ihr sein weswegen ich verstehe irgendwie nicht fast genau aus wie sie ja da ist sie glaube ich wir werden ihr gebühren danken müssen wenn wir sie treffen was sie das alle sind so stolz auf dich wenn die ersten beiden quest war mehr oder weniger über sie jenseits des rauches und der spiegel der aufwärtsort wird zurzeit von aufwärtsschätzt das bedeutet ein charakter ist schon wieder ein gestörtes erlebnis warum sollte der warum sollte der die hauptquist nicht von allen am meisten vorrang haben ich glaube jetzt irgendwo nicht betrug ich die ganze zeit übersehen habe ich ja letztens aktiviert ich habe letztens den schatz kompass endlich hier freigeschaltet bekommen da oben indem ich habe ich komme nicht hoch ich habe letztens den schatz kompass hier freigeschaltet nämlich ja genug von diesen dingern gesammelt habe von diesen pyro dingern ich glaube übrigens die quest die event quest ist auch irgendwo in der nähe aber ich bin mir ziemlich sicher man muss dafür mit salonen reden die neue charakterin weswegen man erst hier die story machen muss ich meine ich habe sie irgendwo gesehen ich weiß es nicht so ich muss da angehen die englischen synchronen sprecher sind ja alle auf streik und ich habe irgendwie einige witzige sachen gehört vielleicht nicht so witzig für einige leute die englische sinkos spielen aber ich habe gehört einige charaktere die normalerweise sprechen würden wurden stumm geschaltet katina zum beispiel da ist sie neue charaktere ist das ein fliegender engel sagte keine person jemals in genshin ich habe mich aber nicht spoilern wenn ich das das eingeben entschuldigen sie lohnen japanis weiß Was ist das? unglaublich viele hinteren verbracht diese mörderin mit den roten hier von georgias besagt menschen die auftaktieren julien kujo also tot aus tochter schon sagen ich habe die stimme diesmal finde ich gehört ja 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 Oh, das ist schon so. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich weiß. Aber ich weiß nicht, dass ich die Schrohnein-O-Nein-San habe, auch schon mal ein paar Stunden lang. Das ist gut, was ich. Ich muss jetzt nicht so viel zu tun, was ich nicht so gut. Ich bin schon schon getroffen. Wie soll ich das? Ich habe es bereits entschieden. Ich bin der Mann, der Mann ist. vielleicht sagt der grund dafür warum sie und der archon also vertrauen da habe ich die wahl ob wir sind so fast wie wir finden sie sind voll nervig zu bekämpfen immer so ein schild kaputt machen zum katzen gegen die zu kämpfen müssen wir anerkennung aller 6 war job einholen das ist bestimmt ihr neue charakter das stimmt dieser neue charakter so ähnlich wie faro sahen so charaktermäßig sie wird wahrscheinlich nicht sehr glücklich mit uns ein so und und Das war es einfach ein, zwei. Was? Ich kann es mir sagen, Marvica. Ich muss immer so viele Fragen stellen. Ich kann es nicht sagen, Marvica, die ich für die wichtigsten Gelegenheit zu machen. Ich kann es nur um die Hände zu stellen. Ich kann es mir schreiben, aber ich kann es mir sagen. Ja, ich würde es besser sagen. Also, ich versuche den Kii-Nichi. Der Kii-Nichi hat die Situation gut verstanden, und er hat auch eine gute Beziehung. Also, Kii-Nichi, die das Kii-Nichi hat, und er hat auch eine gute Beziehung, und er hat auch eine gute Beziehung. Das Kii-Nichi hat die Beziehung, und er hat auch eine gute Beziehung. Und schuldig ein! Dann können wir einfach mal kurz kommen! Schnauze, dann werden wir uns das, und wir kommen dann im Prognos. Dann werden wir mit der Kii-Nichi. Dann bitte ein gutes Kii-Nichi. Dann machen wir das Kii-Nichi! naja wir mit neben karten reden wir sind aber diese ganzen nebenquests ich will kein spazierer gemacht nicht für weitermachen keine zeit kommen kenne ich kommt kenne ich zu keine keine nicht 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 Ich weiß, dass ich nur die Ausbildung und die Leute wissen, was ich nur die Geschichte. Ich kann mich nicht mehr so interessieren. Ich kann mich nicht mehr so interessieren. Und das ist... Ich weiß nicht, dass ich mich daran interessiert, dass ich hier alle wissen. Hmm... Also, ich weiß nicht, dass ich Kachina und die Touristen auch? Ja. Wenn ich mich daran sehe, dass ich die Vorstellung von Kachina rauskomme, Untertitelung des ZDF, 2020 der ganze hype von china gewesen sein hat sie ja irgendwie ihr aufstrebende heldin ist könnte meinen sie wird jetzt kommt sie lohnen einfach mehr können ich bin diejenige mit dem namen irgendwie von umfeld die ganze screen teilbekommen bekommt nicht es ist auch nicht zu dem man muss auch noch mal das war zudem kieze die nacht stradlinger kieze der konnie war soudini kann er noch nicht kann da er die mollen lakotot die nacht Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennenlernen, oder? Ja. Er wurde von Ororun gegründet, und von der Ehreinheit gegründet, und von der Ehreinheit gegründet wurde. Aber ich glaube, er war ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders. Ein bisschen anders? Ein bisschen anders? Ein bisschen anders? Ein bisschen anders? Das ist einfach so, wenn man sich die Böse nicht so gut sieht, aber wenn man sich in den Böse nicht so gut befindet, dann ist es nicht einfach, aber es ist nicht so einfach. Na, in diesem Fall ist es ein bisschen ähnlich, also ich glaube, dass die beiden sich in Ordnung hat. Ich verstehe das nicht genau. Aber Schütlari istamente für die Fahrt die Oron, warum ihr viele Menschen ausmorgen darauf? Ich denke, warum ich sonst auszus crec, aber... vor sie sich eine Sorge der Seine haben, ob sie ein Geist oder empfiehlt? Aber sie haben eigentlich nicht davonandersgestellt. Aber Schütlari hat die Erdbe世 blind, Er muss sich nicht an Mass joy, also machen sie das. er wird auch bestimmt noch beim boss der kapitano wer war ziemlich krass immer schon von alle china auf die phrase bekommen diese vierte und er ist der erste ja noch gar keine chance an gegen den unser charakter müsste man irgendwann so ein power-up bekommen irgendwie habe ich das gefühl wir müssen noch gar keine die schweb zu haben ich weiß nicht mehr die schweb zu haben ich kann nicht in der kohle oder sie sind nie natürlich ich weiß nicht da hat mich schon erwarten hat kotzt mich so an okay dann trinke ich mal wieder einen schluck bevor ich meine stimme wieder schrotte wenn ich was zu trinken habe ja ja wenn man so blind nach hinten wo meine wasserflasche ist ja frisch geöffnet na gut das glaube ich nicht zeitmäßig richtig ich finde dieses ewige aber wir müssen zwei tage warten ich finde irgendwie voll dämlich geld ich mache immer geld ist eigentlich das schatzt holen ja aber ich glaube ich nicht eingesammelt weil irgendwie die quests irgendwie in der nähe sind die event quiz oder sie runter wo ich hin ich spiele herum Oh, das ist so großartig. so was von dieser eine karte immer gesehen haben ich will mehr von ihr sein mäßig ist sie schon mal der hammer und ich fahre ein fischl ja sehr gut so wo muss ich hin und es wird kein neues gebiet und so hinzugefügt von daher ja ich dir das heiling ist vorerst wir erwartet ist klar die nicht da so ist Ich denke, ich bin ein Wettbewerb, aber da ist sie nicht zufrieden. Und da ist es mein Wettbewerb, und ich glaube, das ist ein Wettbewerb, das Wettbewerb. Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb? Wettbewerb? Ich denke, dass ich das alle zusammengekommen bin, glaube ich. das kann ich ich will nicht mal aus der nähe sehen ja 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 Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Was ist das? Wer ist das? Geh mal mit der耳chen! Ich bin ein Kind, aber ich habe das Gefühl, dass ich die耳chen mit der耳chen verletzen kann. Wie ist das, wenn ich das? N-Sito-Lari? Du bist ein Sito-Lari? Du bist ein Glas-Berba, oder? ich liebe ihr design und was ich darüber beschwert dass der führer etwas ausgerissen hat da oben rechts ist sie schon fahrhose an habe ich immer gehoben ein spiel wo charakter hunderte von jahren sein sollte halt echt niemand mehr überraschen ein 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 Ich dachte, dass ich mich nicht mehr hier bin. Ich dachte, dass ich mich nicht mehr hier bin. Hmm... Stolri, wenn ich mich nicht mehr von mir bin, ist, dass ich mich nicht mehr von mir bin. Ah, das ist doch gut. Wenn ich mich nicht so richtig fühle, dann wird es nicht so gut. ich liebe ihr design definitiver pull wenn sie rauskommt so viele face animationen in letzter zeit weil sie darauf dass wir etwas sagen alles was sie sagt klangen wie ein witz aber ich bin mir nicht sicher ob ich lachen soll wenn ich wäre jetzt unnötig zu lachen oder wäre es noch nicht zu lachen man kann das anliegen des bührreichers und die schwierigkeiten die auf sie gestoßen ist die sie gestoßen ist das gute jetzt kann eine menge ohrgestein sparen nächster zeit ich habe die nächste gacha gibt es keinen neuen charakter mehr da gibt es glaube ich gut und nahido glaube ich danach müsst ihr eigentlich erst mal hier diese eine lady kommen mir über die übersetzungsbegleitet hat wir werden sehen wir werden das wissens weit wegen gefunden haben die mit den roten haaren über die interessiert mich auch nicht dass die kann ich auch überspringen falls sie als nächstes kommt mal schauen noch gerne das sind die anspielung an die ganzen anderen regierungen Du hast es gesehen, von dir. Du hast schon viele Sachen erlebt. Und du hast dich mit einer glücklichen Macht, und du hast dich mit einem Gäufer in der Nacht. Huh? Du kannst dich nicht動. Du kannst dich nicht動. Oh! Na... Was? Du kannst dich nicht schreien. Du kannst dich nicht? Was? Ich bin damit seit Monaten rumgelaufen. So ist das Gesicht, also. Ich habe keine Stabilität. Ich habe keine Stabilität. Schro, ich bin der Arschluss. Wenn du einen Ororl und du hast, ich gebe dir einen Yagami. Ich bin ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, ich denke, dass es so großartig ist. Ich denke, ich denke, ich denke, dass es so großartig ist. Das ist ein bisschen anders. Ich denke, dass es nicht so großartig ist. Ich denke, dass es sehr schwierig ist, weil ich es sehr schwierig ist. Aber ich sage, ich sage, aber ich denke, dass ich jetzt in der Zeit, oder dann müssen zwei tage suchen wir ich habe keinen richtigen charakter dafür ich weiß nicht, dass ich das Schwerf nicht ich habe ich habe mich nicht zu früh ich bin eigentlich, dass ich mich zu früh vor dem ich, ich habe eine Nachricht vor dem ich, ich habe eine Nachricht in der ganzen Liste, aber die Knie in der Knie hat mich zu verletzten ich habe mich zu verletzten und ich habe mich zu verletzten und ich habe mich nicht zu verletzten Ich bin nicht der Fall, was ich. Ich habe auch noch die Stimme, die ich verwandelt. Aber ich habe auch noch nicht gewohnt. Es ist das, was ein Geist von Snage-Nagern. Wer hat sich in der Karte gelegt und hat sich das Oro-Lun gelegt? Aber... Wer hat sich nur die Mitzmuss am meisten gelegt? Wer hat sich das Oro-Lun gelegt? das ist ein weiterer mit zu tun ich habe schon eine katze ins wieder der sequest abgeschossen ich habe letztens irgendwie nicht gerade eine truhe gefunden noch da wo ich sehe eine extra karte irgendwo ist hier eine truhe anscheinend ist eigentlich in der nähe sein dann oder habe ich die mal auf screen ach nee die ja genau ja ich will mal auf screen über so eine höhle gestolpert wo irgendwie so fatui drin waren und da gab es keine quest da gab es keine welt quest oder irgendwie so hat aber da konnte da irgendwie so frei erkunden da fand ich irgendwie tausend mal interessanter als jede welt quest bisher wo es irgendwie jede paar schritte wie cutscenes gibt gespräche da ist ganz offensichtlich irgendwie so dinosaure entführt und die wurden hier gezüchtet von den fatui und dann irgendwie experimentieren am ende musste man gegen so ein boss kämpfen aber es gab keine cutscene gar nichts und so davon ich fand ich war tausend mal interessanter als hier so eine welt quest irgendwie bombardiert wird mit cutscenes und text und so ne davon sollte es ein bisschen mehr geben mal interessanter noch wasser ich musste ich mich noch mal sagen ich trage ich mich nicht ich trage eine interessante aber es gibt es ein paar expectant sm Hani du wie immer ich 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 er ist ganz offensichtlich jemand den sie kannte kannst du uns ein wenig mehr aber ihnen hat sie ihn Sie werden immer mit einem Freund herunterladen, also ich bin wirklich ein guter Mann. Na gut. Schauen wir mal. Wenn man jemanden findet, muss man auch in die Hand sein. Ororln hat einen Mitzmuss, aber... ... die Leute haben, wenn sie eine besondere Anwendung verletzt werden. Wenn man die Ergebnisse findet, kann man Ororln vielleicht nicht finden. ich will noch mal andeuten das zweite mal dass wir schon händchen halten ohne hände zu halten ich bin blind nicht zweimal ich könnte die spur sehen ich bin blind nicht ich bin blind ich bin blind ich bin blind ich bin blind wir sind zu erwarten hatte mich super schwach na dann mal los für die paar schritte ich liebe sie nicht so unsicher können wir ihre gedanken hören jetzt glaube ich auch gerade eine stimme gehört warte die war nicht von außerdem mein kopf dann kann sie uns da auch hören oder wenn man scheint die gleiche stimme gehört haben sieht so aus dass jetzt sie verstanden was los ist das muss eine nebenwirkung der magie sein wir können also jetzt ihre gedanken durch telepathie hören sie haben beeindruckt sowas kann nur kittlali sagen was irgendwas peinlich gesagt na klar was das ruhig uns so untersuche das lager das spiel macht mich fertig wir haben ganz sicher irgendwann was peinliches sagen so ich so ich so ich so so ich Geh! Die Frau hat sich wohl verletzt. Ich muss schnell sehen! Ich habe mich nicht so klein gemacht, dass ich mich nicht erinnert habe. Ich glaube, dass ich mich nicht verletzt habe. Wenn man sich auf die Seite befestigt, dann wird man sich in die Kraft. Aber wenn man O'Rorl da ist, wie soll ich das machen? Die Frau ist so schön, wie ein Kind. sagen wir kommen irgendjemand sagt mal irgendwas das unöflich dazu tun als könnten wir sie nicht hören jetzt hat sie die blöden typen mit den elektroammer oder kräftig nicht dauern was euch macht genug schaden eine chance gefunden zurückzuschlagen sehr besorgt aus dass wir ihre gedanken mal lesen im hilferruf symbol von vor ihm nach zu tun wurde und hat sich von dem vertreten angesichts der zahlmächsten unterschied könnte er sie sehr wahrscheinlich nicht überwältigen weiß doch nicht vielleicht wird von einem langage von wach 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 du ich glaube nicht das gitarre etwas bemerkt hat ja bei mir ist es super unöflich und die hätten da wehen sollen aber machen wir nicht genau wie wir damals mona ausgeraubt haben auf ihre kosten gegessen haben der aufgabe und peinemann sind irgendwie voll unsoziale aber du lässt uns also zum essen ein obwohl du nicht so viel geld hast ja okay lass uns mal die größten platten aller zeiten ja bestellen auf und du kannst dir nun zählen wird schulden war immer noch das unnötig ist auch unsere zeit was unsere charaktere gemacht haben ja hier gibt es eine spur vom folie flog ist ton ich weiß doch die es gab mal irgendwie der daily da muss es irgendwie fragen bad worden einige von den fragen ist wie heißen die dinosaurier die hier rumlaufen und die heißen irgendwie tabletisaurier oder irgendwie sowas und ich wusste nicht wie man die schreibt und da haben sie kackfrech irgendwie drei antwort möglichkeit gegeben die alle irgendwie fast ähnlich tats mit die saurier tap lilly saurier telepilisaurier da habe ich mir auch gedacht so will sie mich auf den arm nehmen da ist auch voll unfair die frage dass ich nicht genau weiß wie man das ding schreibe ich wusste irgendwie so in der art heißen wie man die schreibt wusste ich nicht so unfair hätte ich auch jetzt gerade im hinteren verschwunden so unsozialen momentan teleportation hat eingesetzt per monat recht das ist alles sehr seltsam außerdem andere leute auch jetzt die gedanken lesen bespricht da bei man wer da ok wo bin ich es könnte ich ja nacht wieso bin ich plötzlich hier ach da habe ich auch ein neuer charakter wo bin ich auch schon mal irgendwo gesehen wo bin ich ich glaube da ist er ist der charakter über den sich einige leute aufgeregt haben weil irgendwie sein vorheriges zu sein hatte irgendwie dunklerer haut jetzt hat er wieder nicht so dunkle haben sich leute über aufgeregt irgendwie sowas über was leute dauernd aufregende es ist kapitano ich habe nur den seine füße gesehen was hast du vor die bad so ein cooles design deswegen habe ich das mal gegen den führer schon gekämpft na klar lass mich weiterhin vertrauen wir haben nie was böses gemacht nicht einfach zum heimann nicht die haare alles paletti palm und man sie so im gewalt zum aus meinem körper entfernt das würde erklären warum ich kann man überhaupt nicht hören konnte das war die konzerne noch das war die 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 wenn sie nicht gelogen haben und fünfte gründe für einen handelnden abend sollte ich ihnen vertrauen ich könnte es geht klar die ein paar immer auch die wahrheit sagen aber das würde bedeuten dass ich die neue spur aufgebe ich hatte ja noch nicht so viel mit dem fatur oder den meistern der nachtswind zu tun hatten wir noch nicht viel mit den fatur zu tun wir haben gegen skamutsch gekämpft wir haben gegen alle china kämpft wir haben gegen tatalia gekämpft wir haben gegen wir haben gegen la sig noah gekämpft ich finde wir haben schon so ein bisschen was mit dem fatur zu tun gehabt alles klar warum nicht mein paar man begleitet uns da sowieso über hin also müssen wir sie ja so oder so sagen mir geht's gut auch wenn die lage immer noch zu trinken jetzt machst du noch machst du mit lali und eine pause wenn das nicht oder für zu ein weiterer untersuchung ja 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 Okay. okay richtig spielen für eine weile da wäre ziemlich cool aber glaube ich nicht wahrscheinlich noch sehr weit entfernt bis sie rauskommt was gut ist weil dann kann ich noch zusammen fahren ein bisschen dann kann ich noch einige uhrgesteine farben da ist ja schon elektro sie genau aus wie im kühlkreis der nacht warum sollte er nicht so aussehen kosalitzki die 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 da kann ich sie spielen ich muss ihn so schnell wie weg erledigen sobald er sein elektrische schild hochballert kriegte nicht down nein na jetzt hat er nie die ganze zeit hoch jetzt wird die da jetzt hat er dem wieder folge eine sekunde nein da tue ich mir jetzt nicht an dann lasse ich mal ganz kurz ein eis charakter rausholen weil ich werde ihn nicht da umkriegen dem werde ich nie im leben da umkriegen wenn sein elektro schild hält so viel aus dem kriegste nur mit cryo unter ehrlich oh mein gott willst du mich auf den armen kann er kann ich einfach so weitergehen so jetzt bist du dran der wird schon direkt wieder geheilt er gibt es nicht finger weg von dem das ging zu kämpfen ja Ja, das ist auch weg Der detective konnen musik im hinterhund Da jetzt habe ich schon wieder mit dem link verfehlt Aber ja, ich wollte schon sagen, jetzt bestimmt ich von 3 Oh ja Ja, steht mal genau da Ja oh äh tut er sich irgendwie so blöd hätte gesagt er übernimmt dich anders Das ist nett. hat sich definitiv verändert aber er fühlt sich es wird sich so als würde er sich feststellen er hat mich gebeten unser treffen geheim zu halten er hat sogar gesagt dass wir die planen dass sie klare zu liebe tun sollten steppi kdo da na oralen そんな話をすれば叱られないとでも思ったの mitzのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ kemono 詐欺師 どこの馬の骨ともしれない人 ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの 一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ なのに よりによってこんな大きなトラブルに巻き込まれるなんて 捕まっちゃったらもう 誰かに助けてもらうしかないのよ 私たちが駆けつけてこなかったら 死んでたかもしれないのに ごめん ばあちゃん 次から気をつけるよ 次ですって こんな危ないことを 次なんてあってたまるもんですか きがさせられたり してない いや なたの地形についていろいろと聞かれて 地脈の分布図を書くよう言われただけだ 正直に答えてちょうだい エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物は オロルンなのね ああ どうしてそんなことしたのよ それは 僕の協力が必要だと言われた もし断ったら ばあちゃんを探し出して 何らかの方法で痛めつけてやる とも ふん ばあちゃんはただものじゃないの そんなことできるわけないでしょ この子は本当にもう そんなデタラメを信じるなんて その頭に詰まってるのはただの飾り 幸い エンジン様は 名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて 君の名前は出てない でも だからって エンジン様が何にも知らないだなんて思わないで たとえ予想していた真実が訪れようとも 慌てる必要はない 教えた言葉 忘れちゃったの? ごめん もういいわ 倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから これで君の無実は証明できるでしょ さあ片付けて帰りましょう オラルン 今回のことを教訓にして ちゃんと反省するのよ それから 町に戻ったら私と一緒に 談義室行きよ ことの経緯を説明するの 分かった 野菜を持っていこうか 野菜? ああ 野菜をたくさん育ててるんだ 新鮮だぞ 変人様 お嫌いなものがないといいんだが 今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ 変人様にあったらまずはこういうの 三つのものには気をつける 違うでしょ まずはファデュイと結託なんかしてないって 兼明するの 名園の主の教育は どうなっているんだよ 分かった はい それから 今からのスプレッシャー kann ich noch mal machen so eine truhe in der nähe kann man das sprecher ist so hier hat ihr seid zurückgekehrt sie bringt euch nun zur kammer sprechen wir alles jetzt hier was zu gestoßen ist ich bin der cowboy für diese folie ich bin der Es gibt nichts anderes, aber es gibt keine Zeit für mich. Vielen Dank. Orohlen, die Nachbarnung kommt weiter. Komm schon mal in der Karte. Entschuldigung, danke. Danke auch, Frau. Ich habe keine Ahnung. Mein Lieber, Baimon. Ich bin sehr dankbar. Ich bin auf. das klingt schon nach ende der quest irgendwie erzähle ich auf dich eine einke sonne ist sehr höflich na der blick für so wahrscheinlich mich an meinem versprechen zu erinnern das kommt ja auch noch er kommt mir nicht wie ein lügner vor wenn ich nicht alles mit meinen eigenen augen gesehen hätte wäre ich hier nie auf die idee gekommen dass es hinter den rücken von ck so viel arrangiert könnte es hat er vor ich muss ja was sagen wir sehen uns bei mir ist ich bin mir nicht so sicher du wärst sowieso mitgekommen nicht so als könnte allein hingehen ohne die warum einen tag schon wieder wenn du einen tag warten willst dann warte einen tag ich trinke einen schluck da draußen sei es gerade aus wie mr beans auto wenn ich vor beiden fenster habe ich so ein kleines auto ist er ausgedacht von mr bean jetzt kleine grüne geht zum vereinbarten ort also machen wir mal hier ist mir eine okay super kapital einfach so im offenen hier sind die nicht in der höhle gewesen oder so letztens aber da war die höhle da ist er ein versteck ehrlich kann man locker sehen äh 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 Hallo, ich bin sehr froh. Du bist so ein Geist, wie ein Geist, der sich nach hinten befindet. Sorry, ich bin immer so ein Geist. Ich war wirklich schlecht. Du bist nur schuldig. Du bist so großartig. Warum machen du dich so etwas anders? kommen direkt zu dachen Ich weiß nicht, dass ich jemandem nicht mitgekommen bin. Gehen wir mal raus. Hast du mit der Verkaufung gekommen? Es war wohl nicht in meinem Augenblick. Aber Sie haben sehr stark und sehr gefährlich. Sie haben die Gefahr in die Gefahr. Das ist schon oft passiert, Kollege. Warum? Warum? Ich weiß, dass du das so gut anstiegst. Wenn du die Wahrnehmung nicht wissen willst, dann kannst du auch meinen Vorschlägen nachzudenken. Ich weiß, dass du die Wahrnehmung schon schon wissen willst. Wenn du die Wahrnehmung nicht verstehst, dann musst du noch zwei Auen warten. Warum wirst du das so wissen? mit den namen eine der helden die hatte auch so tat sie hatte auch so tat es gab china und mollani und so so Ich weiß nicht, was ich so verletzete. Ich weiß nicht, was ich so verletzete. Ich weiß nicht, was ich nicht. Es ist reine Spekulation von dir. Das göttliche Herz an sich reißen und die Entscheidung für sie treffen, bedeutet das etwa, das göttliche Herz etwas mit diesem Notfallplan zu tun? Hm. Ich meine, ihr werdet so oder so am Ende bekommen. Das bedeutet, die haben dann alle göttliche Herzen, ne? Weil die Zarin hat ja ihr eigenes, ne? Die haben jetzt von allen anderen jetzt auch geklaut, ne? Wir machen hier dann damit. Was denn? Was ist das? Das ist deine Frau, aber... Ich habe das Gefühl, dass ich wieder etwas besitze. Ich habe es wieder so gemacht. Wenn du dich wieder auf den Wegst, wird es einfach nicht beritert. Ich habe es einfach gesagt, wenn du in die Zeit aufhören. Ist das doch so? Ich habe es jetzt mit dir geflogen. Wenn du dann nicht so gut gehen, was du mit mir gesagt hast? Ich habe es mir genauer, was ich gespürt. Ich habe es mir nicht so gut. Das ist kein Ort, um ein Kind zurecht zu weisen. so sprich mit den kapitanen wurde in scheinmoment unterbrochen wie alles andere aber da auch noch hier jetzt können wir vielleicht noch etwas von ihm erfahren so geht zurück zur arena wenn wir nicht irgendwas mit der tier schon ausgelöst ganz schön so das so 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 Ich weiß nicht, was du hast. Warum hast du dich geholfen? Mach mal bitte. Oh. Oh, ich habe keine Frage. Ich würde mich fragen, aber... Was hast du dich geholfen? Was ist das, was du mit dir? Ich habe dich nicht gehört. Ich habe dich nicht gehört. Ich habe dich nicht gehört. Ich habe dich geholfen, aber... Du bist eine gute Frage. Soll ich geholfen, was du denn erzählst? Oder du hast dich gestört? Wenn du dich mit deinem Herrn und ich im Mann selbst mach ich, wäre nichts. Es wäre immer eine gute Hunde. Du musst dich nicht hören, aber... warum hast du so eine gewisse Gute? ich habe es schon etwas peinlich elektro sich gerade so war bei ihr gucken wo ihre vision ist was sie von die Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was ich für die Schleifte von solchen Schleiften? Wer ist die EFA? Ein Fahrzeug? Das ist doch egal, was ich? Ich habe mich mit diesen Schleiften gehalten, damit ich nicht so eine Schleifte. Ah. Als ein Kind wird das Kind, wenn ich ein Kind auch nicht sagen muss, wird es noch nicht zu sagen. Ich habe es nicht so viel zu sagen. dass sie es in ihrer hüfte was stimmt mit dieser stimme nicht das stimmt die声en das stimmt diese声en wo ist das? wie geht die声en? die声en sind sehr weit die声en sind warum? ich habe wirklich keine Beantwortung dass die Rechte von dir die Menschen zu retten die Leute zu retten Das war's für heute. Was ist das? Die Frau, die ich jeden Tag so wie wie im Lande an den Gehirn von der Brünen? Das ist das so schön! Was soll ich damit verstehen? Ich weiß es, was ich da für mich da haben? Ich weiß es nicht! Ich weiß es, es wird alles nicht zu machen! Soll ich das? Ach so, ich freu mich... Aber du hast immer wieder rausgelegt, wie es immer zu gehen? Er will immer noch nichts über seine Ziele sagen. Ich habe einen konkreten Plan an. Andernfalls hätte Euron keinen Grund, ihm weiter zu folgen. Ein weiteres Zefnis derzeit nicht möglich. Da ging es wohl schneller wenn wir uns direkt an den Pyro-Arche wenden, um zu überprüfen, ob der Capitano gesagt hat, was der Capitano gesagt hat. stimmt außerdem ich spüre dass orens stuart zieht lali tief verletzt hat ich muss einen weg finden sie zu trösten ja was war es mit der verantwortung von aurore ich habe noch nie in diesem spiel was gibt es so viele sachen hier hergestellt es war es ja so wie sie eigentlich immer noch hier um ihre gedanken immer noch lesen やっぱり立派な冒険者だからなちゃんと自分で払えるぜ 君たちまでを凡らせてくれないのね ただごがんをおごりたかっただけなのに おいらたち オーマエがモラを使わなくていいようにって はぁ モラのことなんてどうだっていい 長い道を一緒に歩んできたから君たちをいたわりたいだけなの ist sie wirklich eine von diesen hexen hier und dem hexenzirkel gibt es ja schon sein anfang gespielt irgendwie haben wir noch keinen einzigen von ihnen getroffen persönlich dachte ich würde sich irgendwie nur so nennen da ist sie wirklich einen von diesen sowie alles hier die die mutter von klee oder sind einfach nur wenn sie sich einfach nur so müssen wir hier ich weiß es nicht ja und ist ja irgendwie diese taverne glaube ich nein den wundschatz das gasthaus zur müdigkeit betreten jetzt zur dritte hinter werden sucht einen ruhigen platz zum sitzen weil man du bestellt euch essen und saft werden klar die flasche werden klar die flasche und flasche wein leert ich wusste es ist sowas von betrunken ich weiß es ist sowas von zwei ich weiß es ist sowas von betrunken ich muss was bieseigetern ich weiß es ist sowas von betrunken bei einer Ich weiß nicht, aber es ist heute ein Thema. Hä? Du kennst dich dich? Natürlich! Ich habe ihn mit den Kachina geholfen. Ich bin froh. 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 Du hast ihn wirklich, die Schwester zu be呼ben. Ich bin froh. ... Ich bin froh. Ich kann mich nicht sagen, dass ich eben keine Dokunikamente heißen würde. Ich kann mich nicht sagen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Das ist gut. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich freue mich auf logo. ich bin ein paar weitere gräserin oder beginnt ins leere zu starken ich frage ich ob sie wirklich betrunken ist oder eher über ein komplexes problem nachdenkt ich habe diese neuen gesicht aufsdrucker Ich weiß nicht, was ich mit dem Schrauben der Schrauben? Hey, ist es passiert? Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so spreche, aber... Was ist das, was ich? Wenn ich mir so, warum ich mich rauskomme, dann kann ich mir wegziehen. Ich meine, ich meine... Ich bin Schermann, ein Wilder. Woher ist ich ein Wilder? Woher ist es ein Wilder? Ich bin ein Wilder, du bist nicht Wilder. so viele geile ich bin dann wohl das neue kind du bist eine sehr gute lehrerin ja 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 Ich glaube, ich bin der Mutter. Ja, genau. Du bist so großartig. Ich bin der... Ich bin der... Ich bin der... Woh? Ich bin der Augen geblieben. Ich bin der Ruhige. Ich bin der Ruhige. ...zohu'n幕が開かれる... ...煙... ...煙の中には... Ah... Obaaちゃんは瞑想してるの ...飲みすぎるとこうなるだけで寝てるわけじゃないよ ...頭の回転めちゃくちゃ速いんだから ...これも...めんえんの主の得意技か? ...めんえんの主っていうか... ...しとらりおbaaちゃんの才能かな まあ...他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる でもおばあちゃんにできることはなかなかマネできない 警戒... 警戒の赤が... 上る... あの瞳の中に... はっ... わっ... びっそばっ... だいもん... わたし... どうかしたのか? ちょっと... あきっき... わっ... うぅ... うぅ... ちょっと...だいじょうぶ? うぅ... 吐いてなくてよかった... びっくりしたぜ... てぃぶるに... うぅ... 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 ご理解な悪いこともするわけないでしょう? 今までもうはいてことなんてなかったし... ほんとよ... Das wollten wir gar nicht wissen Aber wenn wir sagen, wenn wir sagen, dann werden wir nicht gewöhnen Dann wollen wir nicht sagen, was wir nicht gewöhnen? Nein, das ist nicht so! Ich weiß nicht, dass wir nicht so lange leben, dass wir es noch nicht verletzen Ich weiß nicht, dass du das Gefühl hast, was du? er soll mir jetzt erzählen was wir sehen gut geht klar ja auch max und so versucht sich nicht zu sehr aufzuregen ich hatte es in der rettung und so objektiv und neutral wie möglich für den tag als klare einen teil ihrer sinne bei einem spruch mit euch geteilt hat so dass sie vorübergehend ihr gedanken hören konnte das sagen wir jetzt erst warum habt ihr gedacht dass wir das jetzt der richtige zeitpunkt wäre das zu sagen so so Oh, das ist großartig. jetzt sie sich nicht vor allem wie ihr sie ist also ich liebe sie jetzt schon ich kann nicht warten bis sie irgendwie in der gacha kommt aber wir wahrscheinlich noch ein bisschen dauern zum glück ich kann noch schön ansparen ja wir sind überhaupt die andere diese rohtage die ist ja auch auf dem ding da gewesen auf den dem ball paper wie auch immer man das nennt immer noch gar nicht gesehen und gar sonst ja gemacht Ich wille... Ich wille. Ja, ich will nicht. Was ich nicht so, was ich mich nicht sicher? Ich weiß, was ich wille. Ich wille. Ich wille. Ich wille, aber ich wille. Nee, ich wille. Ich wille. Ich wille, was ich nicht so. Wenn ich nicht so, schuldig ist. Was ist das? Du bist ein Mann für die Zeitgeist-Konferenz. Ich glaube, das war so. Ich glaube, das war so. Aber ich glaube, dass ich so sagen kann. Ich glaube, dass ich so sagen kann, dass ich so sagen kann. Ich habe immer noch einen kleinen Frau von mir gesehen. Ich habe nur einen kleinen Frau von mir gesehen. Ich habe das Gefühl, dass ich das immer noch nicht so verletze. aber schon was von ihr gesehen irgendwie diesen einen zauber ach was Ich glaube, es ist alles sehr gefährlich. jetzt bringst du wieder die stimmung ein bisschen runter bei mann oder zwei verschiedene augenfarben anders in dem einen ein bisschen Hmm... An der Zeit ist die Leidenschaft. Es kann nicht mehr so sehen, dass die Leidenschaft nicht die Leidenschaft finden. Und die Leidenschaft, dass die Leidenschaft der Leidenschaft der Leidenschaft ist. Aber der Weg zu den Übergendemacht ist, dass die Leidenschaft von der Leidenschaft für die Leidenschaft der Leidenschaft wird. Aber die Leidenschaft der Leidenschaft, sind komplett ihre Geige. Aber es ist gar nicht möglich, wenn man diese Möglichkeit hat. Das war damals schon ziemlich schlecht. Nata hat sich nicht so gut, dass Nata nicht so gut sein kann. Wenn man einen guten Menschen hat, sollte man versuchen. Ich habe mir gesagt, dass Nata nicht so gut ist. Aber ich habe nicht gesagt, dass Nata nicht so gut ist. Aber sie haben versucht, und sie haben verloren. Und dann hat sie Ororen geholfen. Sie sind schade, oder? Ich glaube, dass ich nicht verstanden habe. Ich glaube, dass ich nicht verstanden habe. Ich glaube, dass ich nicht verstanden habe, dass ich nicht verstanden habe. Wenn ich ein Geschenkau habe, Ororen hat sich nicht verstanden. Doch es gibt es nicht so, dass es ein Thema zu verraten. Aber es gibt nur einen kleinen Schmuck, den ich nicht zu verraten. Was ist das für die Mutter? Das ist für jemanden, was er sich nicht zu verraten ist. Das ist nicht so, dass er nicht so gut ist. Es ist okay, aber ich wäre schlecht und fragee mich, was ich. Also, wenn ich das Declenchon nicht verstanden habe, dass ich mir nicht verstehe, weil sie nicht vieles tun lassen hatte... Ich könnte nicht darauf achten, ob es nicht zu sein. Wenn ich mich als ich und ich werde ausprobieren, dass ich ein Gen fieryes Mal auslebe. Das war's für mich. Ich glaube, dass das ein Gehirn nicht mehr so gut war. Ich habe das Gefühl, dass das Gehirn nicht mehr gesagt hat. Aber ich habe mich so vergessen, dass das Gehirn nicht so gut gesagt hat. Ich habe mich gefragt, ob ich das Gehirn nicht so geholfen habe. Ich sage, dass ich das Gehirn nicht so gut war. Ich sage, dass du das Gehirn nicht so gut war. Das ist doch nicht das Gehirn. ja macht so sinn hat er mit den typen hier zusammenarbeit oder er sieht irgendein problem dass keiner andere sieht ja das muss sein das muss unser nächster schritt sein darunter muss das nicht allein machen steht sich mir an im ersten zehn abholen nach hause das wäre das beste ok das war putzig wir sollen erzählen was wir erfahren haben da sprechen wir da besser da kann wenn du müde bist dann muss wir aber immer noch weiter hier zum gasthaus zurück zum gast okay ich mache erstmal hier einen ganz kleinen schnitt aber wir machen ja gleich weiter also bis gleich so ich habe mal kurz zehn minuten pause gemacht jetzt geht es weiter gut das packen weil es noch in ein partner auch wenn das jetzt ein bisschen langer ort aber die forscher hat hier noch so lange geht wo muss ich überhaupt hin hier ist so ein ding ist hier zum zum gasthaus wieder wir müssen noch einmal mit dem priori schon glaube ich nehmen wir müssen uns da ausruhen ja wir müssen mit maurica ja sprechen bei uns liga animation ist immer noch so komisch wie kannst du was wir sind geschlossene türe wie hörst du in da draußen irgendwas bei man kann sehen wir noch keine cutscene ja ja was geht das geht das geht Ich habe mich auf den Weg gestalten. Es ist etwas schnell, was ich heute Abend habe. Ich habe mich nur so viel mitgemacht, aber... Ich würde mich sehr gerne zu retten. Ich habe mich nicht mehr zu retten. Ich habe mich nie mehr zu retten. Ich habe mich zu retten. Schauen Sie sie. Die Mannschaft haben keinen Spieler aufgewachsen. Sie kommen schon nach der ganzen Spiegel. Ich habe einen Begriff für einen Begriff. Ich habe einen Ororan gemacht. Ich glaube, es ist ein sehr guter Kind, aber ich habe keine Verantwortung für seine Bewegung. Ich bin der Angriff, also bin ich der Angriff. Ich bin der Angriff, und werde ich die Wahrheit sagen. Ich will, was ich will, was ich beurteile. Aber ich glaube, dass ich mich zuerst zurückkehren. Aber ich glaube, dass ich mich zuerst, wenn ich mich zuerst. sei vorsichtig dann wäre ich so chill sein ja gerade ich dachte wir werden hier lange gewissen sind noch ein bisschen tiefe entspannt dafür hat wir gerade herausgefunden haben ja wichtige charaktere da ist immer endlich okay ich habe die ich habe die ich habe die ich habe die Alle auf einen Schlag, alle drei zusammen. Ich muss nur die Seite zurückkommen, aber ich muss wieder gehen. Ich werde mich auch in der Stadt von Hohjou. Woher werden wir gehen? Ich muss gerne mit dem Kind anrehen. Ich denke, wir sind die die meisten, die gleiche, die gleiche, die gleiche, die gleiche, die gleiche, die gleiche, die gleiche. Ich muss mit den Poirot-Archern reden. ja ich bezweifle hier kommt noch ein akt danach sie kommt wahrscheinlich eher noch da kommt wahrscheinlich die kleine irgendwann also bis klare der gacha es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern erst mal kommen die beiden die waren ja vorher vorgestellt macht also nur sind okay für leute wenn sie dort direkt hier ist dann macht das auch in eine katz geben könnte der die beschützen könnte wie so ein anführer dieses ganzen kontinents wir haben kapitaler getroffen jetzt mal wk über eure bieten mit kapital und das schaffen was kapital uns erzählt hat fadui no johon war ja harry anna dore nina kamino kakoron ikanste wat das kann ich jetzt da kann denn na johon dewanai yoda ich kenne die joha sei jetz nie kata eu tada doch anna mit niして kreis was anna kapital kakoron noch kakoron noch kakoron och kakoron nata was square ma okina da isho sharao koto ninau hohohというのは yagami nokkini no tamashii toki oku osu bete choose to see sie hat doch gerade gesagt es ist nicht so einfach auch so sagen ich habe die meinte von dem toten ja dann die showry zur dacke der war nacken solle da honda nur im dino showry to ielka dork am okanal becki der karana noch schon immer die kursie oto stelle kakuni morriske war aber das ist ja 10 kurs der wäde mitsch mit der stadt zeitig nach sender ich mich daher dass was an der gott tun würde nata to youc war naja der abyss noch johin die sache teckte amari Die Karte hat sich aus dem Weg geholfen. Die Karte hat sich immer wieder an der Tatum geholfen. Der letzte Karte ist nur für die Nata-Tazin. Es gibt auch für die anderen Karte. Aber dieser Karte hat sich geholfen. Die Karte hat sich irgendwie das zu erfahren. kamino kochel oder nirgendwo kann manche dann war monat hat da hat die okkirche ein wichtiges klein wird uns getan und sie wirkte also sehr ehrlich wir müssen kapitano angeblich neue lösung zur rettung von natan aufdecken um eigentlich ein bisschen na ja bis jetzt waren die meist nach uns nicht so kommt kompetent ganz ehrlich zu sein nicht beim geringsten die zweite gefängnis aber ich nenne immer meripod glaube ich die jüngsten anschläge des abgrunds die jüngsten die jüngsten die jüngsten die jüngsten Ich bin kein Problem. du bist ein krieger an sich eine enorme inspiration sein es gab mal eine rangliste irgendwie so wer der staatser schon ist wika war irgendwie war irgendwie ganz oben oder auf den zweiten platz neben der zaren von schnitt naja der beiden show und war irgendwie auch ganz oben irgendwo jongli sollte ja mal der stärkste schon gewesen sein aber dann hat er sich ja hat er seine kräfte aufgegeben frena ist nur ein mensch also ist wahrscheinlich der schwächste ich glaube viele von ihm werden feierlich kämpfen so you gott und it's it was nantokassel kann das war die tschung die kanzel johol gaten die heiligste oder gb mal wo ich hab was gut okay geht immer weiter gut nein gehen wir hier in da ist begonnen drift und gut wenn man hat hier was ja los gegen den einen typen müsste ich mal in der weltkämpfe mr afro kollege natürlich witzig der zeit zu breakdance gemacht okay ganz einfach ganz normale frage immer noch nackt ja okay wollte nur feststellen erzählen wir ja so eine nachricht bekommen da sind sie schon sie hat dieses verteidigungsschwerten ja da ist ihr persönlichen schwert irgendwie das andere schwert gegeben neu die haben ihr testversionen von denen gegeben gerade dieses verteidigung schwer ausgerüstet 69 naja ich glaube ich habe mich auf das ding hier gucken fuchsierne immer machen wir mal einen test testler von ihr dann können wir sie noch mal spielen deswegen wissen wir uns die nicht genau angucken gerade ich bin Abyss ist nicht so wichtig, als Moran. Das ist das. Ich denke, dass die Abyss von Abyss ist, alles zu verletzten. Ah, gut. Ich hatte wirklich Angst. Ach so, Stolri, hast du nicht mitgebracht? Er hat sich auch geholfen, also bin ich zurückgekehrt. Ich habe auch noch ein paar Fragen zu sprechen. er hat sie auch so dings verbraucht habe ich gar nicht drauf geachtet diese feuerbalken meine ich ja 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 die lage sieht übel aus überall leute sind vom abgrund ja 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 ich habe ein paar dinge erfahren die ihr wissen solltet du gibst die erkenntnis über kapitano weiter ja 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 Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass es die Frage gibt, und ich weiß, dass er das und die Begründung ist. Ich weiß, dass es eine Lösung ist, warum ich nicht so mache, oder fragilise ich mich. Wenn ich mich, dass der Begründung mit der Begründung mit der Begründung verhaut, dann kann man sich auch ein Problem verstehen. Das ist eine Wahrheit, weil es so ein Risiko ist. was ich gerade gesagt es war ja gerade diese cut sie mit den anderen von capital erzählt ich hoffe genau das haben wir gerade erzählt jetzt kommt einmal und sagt verstehen dialog in dem spiel nicht oder marika lügt uns an die fatur ist die wirklichkeit die guten würden dann letzte kontinant abläuft noch auf marika seite man erinnert euch noch wie alle irgendwie vor ihnen ein frage gestellt haben wo sie ganz eindeutig einen plan hatte wie sie dann zu tode verurteilt haben da war noch zeit ich war noch nie so wütend auf unseren hauptcharakter wieder hier seid ihr seid alle idioten habe ich wie der letzte kommt denn ablaufen wird die man dann direkt nach schnitznaya im feindgebiet rein treffen wir endlich mal die zarin ich stelle mir mal vor ich habe mir immer die zarin also den archon von schnitznaya irgendwie als so ähnlich so wie lasik nora irgendwie vorgestellt so etwas erwachsene frau eine eiskalten personalität und so eine persönlichkeit meine ich habe einige fernart gesehen wie einige leute glauben wie sie aussehen könnte und damit sie meistens immer irgendwie jünger dargestellt irgendwie so wie weiß aus ruby oder so so eine junge frau mit so einem weißen kleid oder so ich weiß nicht ob mir gefallen würde so lange entfernt so lange entfernt kann man der sprecher ist ok also 33 drei wölfe vom abgrund die verletzten ich habe noch keine katze in diesen abkommen aber wenn wir jetzt sie mal spielen aber können sie jetzt spielen sie die der der die die Also haben wir beide Grenzen genommen? Ja, das sieht anders aus. Wie sind die Bewerber und die Bewerbs-Bereich? Halt, hier! Das ist wahr, glaube ich. Stimmt, hast du schon etwas in einer Verkaufung gemacht? Ich möchte noch einmal nach ein bisschen sehen. Der Geist ist nicht so, was vor allem. Es gibt noch einige Abyss-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Es gibt noch immer mit dem Tag des Abyss-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Es gibt noch ein Geist-Bereich-Bereich-Bereich. Ich bin ein Geist-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich. Ich bin sehr dankbar. Aber ich habe nichts mehr zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht mehr zu tun. Ich habe mich nicht mehr zu tun. Wenn ich wirklich zu tun, wenn ich mich nicht mehr zu tun, wenn ich nicht mehr zu tun. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr zu tun. Ja, ich verstehe. Aber... was tun wir jetzt zum ersten mal irgendwie menschlichen mit der letzte der letzte kontinent müssen schwieriger funktioniert ich mir die echt bekämpfen die sind auch noch gut okay ja okay 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 Aber wie sieht man in dieser Situation aus? Schauen Sie, wenn man die Erde benutzt. Die Leute sind nicht genau für die Gelegenheit der Gelegenheit. Das stimmt nicht, aber... Daher kann man nicht sehen. Wenn man sich nicht schlussend ist, ist, dass man es nicht sicher ist. Wenn man nur ein, dann kann man sich selbst auf die Gelegenheit herausfinden. Es gibt einen Wert für die Gefühle. Ich bin ein Kniegeräusch. Ich bin ein Kniegeräusch. Ich bin ein Kniegeräusch. Er hat sich aufs Uff- und ich bin ein Kniegeräusch. Ich bin ein Kniegeräusch. Ich habe auch eine Schleuchte dabei. Was ist das? Das ist mir besser. Ich habe mich immer wieder zurückgearbeitet, aber ich habe mich immer wieder zurückgearbeitet. Ich kann mich selbst behaupten, aber ich kann mich selbst behaupten. Ich kann mich behaupten. Ich glaube, ich glaube nicht. Am besten ich? Ich habe mich immer noch kein Geist. Ich habe mich Nein, was ich stehen. Nein, das ist doch die Gitarre. Ich habe das Sagen, habe ich gewusst. Ich habe das Sagen, nicht ohne Gerag zu sitzen. Ich habe es nicht verletzcht. Es ist ja erneut mich. Ich bin egal, dass ich nicht mehr so interessiert habe. Ich bin ein Erster Backe. Das ist so, also. Das ist so, was ich. Dann, wir gehen mit dem alten Händen. Wir sind mit dem Handeln, um die beiden zu verabschieden. Wenn man braucht, dann kann man einen Räumen. Du hast den Räumen. Das ist gut. Wir gehen. ich glaube nicht dass ich sie spielen werde ich höre die schritte von ihr aus aber noch geld habe ich gesehen die daumen nach oben so der quest ist das hier ich habe mir ein bisschen das war warten ok ok da muss jetzt nicht unbedingt hier ein mini spiel sein wenn man ja irgendwie nicht machen kann tschüss ist ein ein so gut gekriegt dass der gar den zeichnen hier was Ich glaube, dass ich nach vorne gehen kann. Ich gebe dir die Chance. Okay. Ich bin der Fall. 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 Ich weiß nicht, dass ich alle Faduie habe. Ich weiß nicht, aber ich habe es gut gedacht. Was? was Was ist das? Ich bin nicht sicher, dass ich den Weg bin. Ich bin nicht sicher, dass ich den Weg bin. Das war's für mich. sie sehen die beiden und sie nicht und sie sehen sie okay und jetzt nur sie entdeckt oder beide und zwar ziemlich dämlich okay warum hat sie ja noch auf der Ich weiß nicht, dass ich meine Rettung nicht verabschiedet habe. Ich glaube, es war ein tolles Wettbewerb. Das ist das, was ich zu sagen. Ja, ich versuche. Ich weiß nicht, dass ich die Nachrichten habe. Ich weiß nicht, dass ich die Faddy nicht verabschiedet habe. Ich weiß nicht, was ich von uns? Ich weiß nicht. Ich habe ein Okay gesagt. Ich habe einen kleinen Schatz in den Schrauben vorbereitet. Ich komme zum Haus. Ich denke, es ist eine sehr kreative Auslegung. Alle... Das ist die meine große Bedeutung! Aber ich werde einen Schrauben der Anwanderung des Hubert. Ich habe jetzt alles getan. Ich bin nicht so wichtig, dass ich mich zu Hause bin. wenn sich kapitano in den drachen verbandeln er sich in den drachen vermalen mit dem ding oder war es da los okay wofür sonst ok jetzt jetzt einfach mal der abgrund hat gewirbelt so einfach ganz schnell das ist Wir brauchen dich. Ich habe mir aufgefallen, dass wir bisher noch nicht über irgendeinen blöden mpc, bis auf sie jetzt ein bisschen, bis jetzt haben wir nur wichtige charaktere gesehen, nicht irgendwelche random mpcs irgendwie vorgestellt wurden, wie er die schau gestohlen mit den allen herumgang keine unwichtigen mpcs Das ist ein bisschen wasser, aber ich habe mich schon schon überrascht. Geh mal auf, Paimon. Wir müssen auch mit uns in kommunikationen sein. Wir können uns beide nicht beschäftigen. Ich habe ja schon gesehen, dass meine Mädchen schon viele Male gelernt hat. Für mich ist es, die Leidenschaft von Bogen zu lassen. Wir können uns nicht mehr als Familie, aber es ist ein bisschen zu tun. Das ist ein sehr guter Bezug auf den Weg zu sein. Achso... ... das war das ... ... das war das ... ... das war das ... ... dass man die beiden nicht verletzt hat ... ... das war immer noch nicht ... ... aber ... ... das ist so ... ... dass man sich gegen das ... ... so was ... ... ... ... Du bist so gut. Du bist so gut. Komm schon wieder zurück. Dann noch mal wieder. Wenn du keine Probleme hast, dann kommen wir gleich zurück. Wenn du nicht so schnell bist, dann kannst du mit der Familie essen. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Du bist so schnell. ja und du versuchen versucht aber verlesen schon wieder ich habe schritte mehr screentime von dir bitte siegna nante oge sa yo 私たち友達なんでしょ 今回はある情報を伝えに来たのこの前 別れる前にした話 覚えてる 俺らの魂が不完全だって話をしてたよな あとなたを救うためにオロルンは役立ちたいと思ってるって話も お前と別れた後さ オロルンは隊長のところに戻ったんじゃないかって旅人と話してたんだ お前はどう思う ええ その推測は正しい ついさっき証拠も手に入れた オロルンが帰ってきたの しかもあの子ったら 名園の主の拠点防衛戦にも参加したのよ え 帰ってきたのか あれはスクザク 計画から手を引いてって言ったけど 聞く耳を持ってくれなかった 成功まであと一歩だから 諦めるわけにはいかないって 今回帰ってきたのは 名園の主のためなんですって 集落を離れたのはなたのため とも言ってた 捕まえなかったのか 激しい防衛戦の真っ最中だったし 敵から部族を守ることで精一杯で あの子のことにまで 気を配る余裕がなかったの それに あの子も私を警戒して 距離をとってた 捕まえに行こうと思って 隙を狙ってはいたけど とてもそんな状況じゃなかったわ はぁ ばあちゃんって呼ばれてるくせに 結局なんの役にも立てなかったわ 元気出せよ あいつにとってお前と名園の主のみんなは家族なんだろ 苦労して育ててきてやったんだろ ふーん そうね 今回あの子の姿を見てふと思い出した 小さい頃も あんな風に集落中を走り回って 人様のお宅に上がり込んでは 我が家のように遊んだりしてたなって あの子は名園の主の子供で 名田の子供なんだもんの 子供が家族のために 何かしてあげたいって思うのは 当たり前かもね それに 私の弟だもんの あの子のトリックなんて 私には 余裕のよっちゃんよ てことは ほら オロルの魂は不完全でしょ だから あの子の魂は安定するように お守りを持たせてあげてるの 効果を発揮するのは お守りにはめ込んである宝石なのよね そろそろ取り替えなきゃいけない頃なんだけど あの子に近づくすべがないでしょ だから 物資補給袋に入れて 名園の主を支援しに来てたイファに渡して オロルに届けてもらうよう頼んだの あっ イファってわかる? え?知らない? 地元で超有名な獣医で オロルの友達なの しょっちゅう私にいろいろ届けてくれるのよ 事情を知らない イファは素直に預かってくれたわ オロルはフクローからホウセキを取り出して お守りにつけかえるはず あの子にとって とても大事なものだから きっとホウセキにサイクされてるって疑うでしょうね でも 正解はフクローの方 フクローに触れた瞬間 オロルのキューティングを取り出して 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 え? そんなこともできるのか? すごいな! 私だからこそできることだけどね あの子が君の魂をヤガミの国に 引きずり込んだ時の術だって 私にかかれば ちょちょいのちょいなんだから あの子が私のサイクに 気づくことは絶対にないわ つまり この中には オロルの記憶が入ってるのか 私と駆け引きだなんて 百年早いっつーの さすがグラスマーマン! 私たちが思っていることを 覚えてみようぜ! 私たちが ママを 殺させるのか そうよ! 真相を突き止めたら コッピドクシカってやるんだから ふーん... ねえ... こんなおばあちゃん やっぱり... 嫌われちゃうかしら? 正直に言って 慰めてくれなくてもいいから うーん...難しいな 俺にはおばあちゃんなんていないし 何て頼りない家族なんだろうって つくづく情けなくなるわ 昔の儀式のことも 今回だって 全然あの子の役に立てなかった でも今を逃せば 500歳になっても 今日の光景が夢に出てきて 、ゆっくり覚えてくれ なるほど Ich bin normal, aber ich bin normal. Das ist egal, ob ich meine Eltern zu retten. Ich kann nicht sicher sein. Ich bin normal. 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 wir wollen auch dabei sein dann gibt mir christian auch okay wird das bemerken wir sind schon seine erinnerung wenn ich mich einig. Ich bin einig, dass ich mich auch in den Raum. Und von mir ist es, dass ich mich eine Anugrefe von Ihnen auszunehmen. Also ist es, dass ich mich nicht so auszunehmen. Das ist ja, Orolohn, Sie sind gut? Ich bin Herr Ocum, ich bin gut. Ich bin schon wieder auf die Karte gekommen. Aber ich bin schon wieder auf die Karte gekommen. Nein, das ist nur ein Verständnis. Das ist interessant. Und was die Karte gekommen? Ich bin schon wieder auf die Karte gekommen. Und ich bin auch gesagt, dass ich einen Karte und einen Kartei mit dem Kartei habe. Ich bin von euch verletzend, aber ich sagte auch noch, jetzt ist es auch ein Blumen. Das ist doch so, was ich wieder? Ich bin von euch, wie gesagt. Ich kenne mich noch nicht mehr. Ich bin auch noch ein Blumen. Ich kenne mich noch nicht. Ich habe einfach noch eine Geschichte mit EFA-Felmen. Ich bin da, aber ich bin von euch, der Ruhige, die ichelte, hat sich gebeten. Ich bin so, dass ihr dauerst, oder? Ich bin dauerst du nicht mit EFA-Felmen? Ich bin dauerst, aber ich bin dauerst, die sind nicht eingepackt die liegen einfach nur da am boden und so an sie sich getroffen naぜこんなところに一人で暮らす 離れた場所で静かに暮らすのが好きだ 君がファデュイのお偉いさんか そう表現しても間違いではないな 人を探しているのだ お前も耳にしたことがあるかもしれん シトラリという人物だ バーチャン? よそ者が一体なぜ? ああ聞いたことはある 彼女に何か用か? 情報を隠そうとしているな お前に聞いても仕方がなさそうだ 教えてくれる気はないのだろう 見透かされている こうも簡単に諦めるのか 待て シトラリを探している理由を教えてくれ それは言えんな 自分のやり方で探してもらう 自分のやり方で探してもらう なにかたくらんでいるのかもしれない すべてたしかないと 自分のやり方で探してもらう 自分のやり方は自分のやり方を侵す 自分のやり方を侵している 私は、自分のやり方を侵す Ich weiß, dass er nicht so stark ist. Aber es ist, dass ich etwas überrascht. Ich kann es nicht sagen, aber ich kann es nicht so kennen. Was ist das? Entschuldigung, dass ich mich plötzlich... an um das war ich glaube das war es es ist es ist es ist es ist es ist es ist Das war's für mich. die jetzt aber nicht alles okay ich habe noch die bedrohliche piano war bestimmt direkt vor dem kampf gegen marika vor dem kampf ja genau also zwei große mit sich kakukai ni schlosser mochi oれが目的を果たせなかった sg Das war's für heute. Ja. aber eine geile cutscene er hat diese staubwolke ja kreiert damals es Ich habe mich über die Hände geschaut. Wie machen Sie jetzt? Ich werde das dein Werteidig wieder einmal herausfinden. Ich werde jetzt etwas dazu sagen. Es ist gar nicht so, dass ich mit dir einen Schwerden mit einem Schweren verabschieden. Das war's für dich. Geh, geh, geh. Ich dachte, ich dachte, ich dachte, es war der schlimmste Zeit. Ich wusste, dass du dich hinterlässt. Warum hast du dich nicht geholfen? Wenn du in den Wald gehen kannst, wird man sich in der Nähe des Wilds. Aber es gibt keine Ahnung, Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich kein Problem aufgewолет. Aber ich hab dir geholfen. Was hast du? Ich will nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr als ich als ein Mensch bin. Ich weiß nicht, dass mein Wesen leichter ist. ich merke das auch irgendwie so zu tierohren ist mir jetzt erst aufgefallen Das war mir nicht. Ich bin in der Fall, dass du dabei war. Ich habe dich mit der starken Art und Weise durch den Wunscherbeten gebetet. Ich habe mich für dich verletzt und sicherlich gesehen, dass du ein Wunscherbeten gesagt hast. Ich bin in der gleiche Reihe von dir und dir das ist. Ich bin sicher, dass ich an ihm nicht so viele neue Erinnerungen habe. Ich habe keine Ahnung, dass ich an meinem Meinung nach mir habe. Ich habe mich wieder gesagt, dass ich so viel zu tun. Ich kann jetzt aus dem Grund, wo ich aus dem Leben herausbekelle. Warum Sie am Schiitrally? Sie wissen, ob Sie mit ihr kennenzulernen? Ich bin ja, dass du dich aus dem Moment bist. Ich bin wohl in der Zeit, dass du dich kennenzulernen. Ich weiß, dass ich einen Geist und einen Geist oder einen Geist. Ich bin ein Geist, aber auch die Geist und einen Geist. Ich habe auch die Mutter geültt. Ich habe mich dafür, dass ich mich so mit ihr zurückleisten kann. Dann hat er mich noch nicht zu retten. Ja, irgendwie kann ich dir nicht so nachholzen. Was er so macht, hier irgendwie nicht so. Wir werden wahrscheinlich wieder voll unterbrochen, bevor wir irgendwas wichtiges herausfinden. Was ich? Ja, wie ist die Welt? Was ist die Welt? Warum ist die Welt? Du solltest, oder? Ich werde nicht alles wissen. Das war's für mich. Ich habe mich nicht vergessen. Wenn du Fadüi bist, wenn du Fadüi bist... Es ist ein Mensch, aber es ist ein Mensch. Wenn du dich fühlst, ist dein Mensch so richtig. Du bist ein Mensch. was ist dein plan es ist es ist es ist es ist es ist es ist göttliche herz weit mir geht's gut also haben wir immer noch nichts herausgefunden ich kann schon irgendwie verstehen wie er sich fühlt aber wir haben ja immer noch nicht so wie im plan der hausbund ja und 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 da und und Das ist so eine Familie, oder? Was ist das? Was hast du gesagt? Wenn ich mich nicht beinahe, dass diese Frau nicht in meinen Fuß gehören kann. Aber ich habe gesagt, ich habe schon gehört, das ist eine sehr gute Geschichte. Ah! Der Mann hat gesagt, dass er sich wieder aufbauen kann. also wieder doch das machen was sie vorgeschlagen hat sie gesagt hat mit dem göttlichen ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe und gehen wir und jetzt haben wir abgeschlossen okay nächste quest werden da wo muss ich dahin da müsste ich hier hin alles klar das ist nicht in der nähe von der abenteuergilde gott sei dank gut dann haben wir dann hat er drei stunden gedauert aber was soll man machen warum geht man hat und ja beim nächsten mal geht es dann weiter mit der story die muss ich ja auch noch alle machen aber ich muss erst mal die story durchspielen aber ich werde ein bisschen versuchen ja öfter was von genshin zu machen oder zu stream ich wollte noch irgendwo hin genau ich wollte hier mein und zwar ich habe wieder zehn standard tickets zehn standard schicksale meine ich und die wollte ich kurz ausgeben noch ne gut ich fand ehrlich gesagt gut hat es hier nicht um irgendwelche random npcs gehen so wie ihn sonst auch immer dass irgendein random mpc vorgestellt worden ist und so hier ist meine geschichte und jetzt geht es voll um mich näher wir hatten ja wenigstens viel screen time mit spielbaren charakteren genauso möchte ich das so viel ist da nicht verlangt oder nicht verlangt dass es den genshin impact um die wichtigen charaktere geht wobei noch mal wenn wir letzten ist ein stuhl gefunden nicht als gatscher punkt genau hier hat glückstuhl warum sah ja ich war da interessant ich hab wir haben viel von klare gesehen sehr gut genau der charakter der mich am meisten interessierter als die zum ersten mal gesehen habe haben wir direkt zu voll aufgesehen probeläufe und so das machen wir beim nächsten mal und ja dann sich sage ich dann wir spielen jetzt hier noch die 10er gatscha und dann verabschieden wir uns 16.666 bohr da bis hoffentlich kittlar die rauskommt ist bis jetzt der erste netten charakter nämlich richtig interessiert so vom design und was ich nicht alles und vom charakter vom charakter ist ja auch cool cool bevor hat hier noch länger wird gehen wir jetzt hier noch kurz die 10 tickets verbrennen ich trage noch mal ein glücks schluck bekommen wir haben jetzt eigentlich alle fünf sterne charakter hier draus deswegen weiß ich nicht was ich haben möchte aber ich habe die punkte also ja einer bohr hat kein glücks snack ich habe ein paar brezel aber die werden wahrscheinlich ein bisschen zu laut werden sowieso nichts bekommen weil ich kein glückste in der karte 4 6 7 auch nicht gut 8 was ist das land streichen und mir habe ich glaube schon zehn mal da war nicht so gut dabei überhaupt nicht gut landstreicher noten ich weiß nicht ob ich die schon hier habe ich schon maximiert das ist schon mal misst aber ist ja zu erwarten sie kann ich entfernen gut ging noch war natürlich wieder so viel text wie möglich aber war natürlich wieder zu erwarten aber was soll man machen gut dann sage ich dankeschön für zuschauen ich hoffe ich habe diese etwas über lange episode gefallen tut mir leid aber ich habe keinen bock da sind zwei drei parts hier einzuschneiden deswegen tue ich das alles mal irgendwann an einen tag dann kommt an den tag nur genshin impact und ja ob ich das jetzt hier drei vier stunden lang streame oder jetzt in drei vier stunden lang part mache ist mir eigentlich egal deswegen ja gut da ich dankeschön für zuschauen ich hoffe ich hat diese folge gefallen wenn ja hinterlasst ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich voll freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder